Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute mal einen Sattel hier, an dem nicht so alles ganz stimmt oder alles so sein sollte, wie es sein soll und ich bin der Meinung, dass das schon vom Werk aus kommt. Und was das ist, das sehen wir uns nach dem Intro an. Viel Spaß! Ja, wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier einen schönen Passier-Springsattel und bei dem ist das Problem, dass der wohl schief zu sein scheint. So, jetzt ist es so, man kann einen Sattel auf verschiedene Arten und Weisen schief kriegen. Also es kann zum Beispiel sein, dass das Kopfeisen verbogen worden ist, wenn der zum Beispiel schief in die Maschine eingespannt wurde und dann quasi der Sattel gebogen wird und der aber nicht gerade in der Maschine hängt, sondern so zur Seite, dann biegt es natürlich diese Seite hier mehr auf als die, weil einfach der Weg zur rechten Seite ja deutlich länger ist als zur linken. So, und dann kann es schon passieren, dass sich so ein Sattel mal krümmt und das Kopfeisen schief ist. Wenn sowas mal passiert ist, ist es meistens grande Katastrophe, weil das wieder richtig hinzukriegen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Hier in unserem Fall ist das jetzt aber so, wenn man sich das mal anschaut, kommen wir ein bisschen näher mit der Kamera, drehen wir mal so rum. Wenn ihr hier mal von hinten rüber schaut, so auf dem Bereich hier vorne, dann sieht man schon, dass das schief aussieht. Wenn man den Sattel jetzt sich aber mal genauer anschaut, sieht man halt, wenn man auch von der Mitte ausgeht, dass das hier komplett unterschiedlich ist. Jetzt ist es aber so, die Schnur hier vorne, die wurde bei dem Sattel eingetackert, eingenagelt, eingeschraubt. Der eine macht so, der andere macht so. Auf jeden Fall ist die hier vorne befestigt worden. Und so wie das aussieht, für mein Verständnis, ist diese Schnur einfach nur schief drin. Das ist halt ein optischer Makel. Das heißt, der Sattel an und für sich, wir werden den gleich mal in die Maschine packen, weil der sieht auch ein bisschen ungleich aus von der Einstellung her. Er ist aber gar nicht so schief, wie es vielleicht gedacht wurde. Denn das hier vorne ist das, was den Sattel schief macht. Weil das einfach hier schief eingetackert ist, zieht der ganze Sattel schief aus. Wenn du jetzt oben als Reiter drauf sitzt und nach unten guckst und siehst so, hey, das ist hier alles nicht so, wie es sein soll, dann denkst du natürlich, scheiße, mein Sattel ist schief, was ist hier los? Weil wenn man sich das mal von hier vorne anguckt, wenn man einfach mal auf den Winkel hier achtet, dann haben wir hier eigentlich keine großartige Differenz drin. Diese Seite ist ein bisschen stärker geöffnet, ja, das stimmt auch, aber es ist minimal. Also es ist nicht so so schlimm, wie es von hier oben aus aussieht, wenn man sich das anschaut. Dazu kommt auch noch, es sieht für mich der ganze Teil hier vorne so ein bisschen ungleich aus. Also ich würde auch sagen, dass das Kissen höher angenäht ist, das hier ist tiefer angesetzt. Wenn man jetzt allein schon hergeht und das hier vorne löst, weil man sieht richtig, wie das hier rumgezogen ist und auf der Seite hier gar nicht. Wenn man das jetzt hier vorne schon mal löst und das ein bisschen, beziehungsweise das Runtersetzen geht nicht, weil man dann die alten Löcher sehen würde, also müsste man das hier ein bisschen nach oben ziehen. Wenn man das nach oben zieht, das Kissen hier wieder in die richtigen Position setzt, dann ist das Ganze schon mal wieder eine ganz andere Hausnummer und der Sattel an und für sich wäre dann wahrscheinlich, wenn überhaupt noch, wäre er gar nicht mehr schief, weil das sind einfach nur die verschiedenen Bauteile, die hier in dem Fall schlecht drangesetzt worden sind und die einfach den Sattel schief machen. Wir werden den jetzt mal gleich auf den Tisch legen und mal so eine normale Probe machen, wo man das mal so ein bisschen feststellen kann auf den ersten Blick, ob der Sattel jetzt wirklich ungleich ist oder aber nicht ungleich ist. So, wir haben jetzt den Sattel mal hier auf dem Tisch platziert und wenn ich mir das Ganze komme ein bisschen näher ran mit der Kamera, wenn ich jetzt hier reinschaue, so hier auf diesen Punkt schaue, dann sieht man schon, dass auch dieses Kissen hier weiter nach vorne gezogen ist und weiter vorne irgendwie angenäht ist als das Kissen. Also weiß nicht, ob man es mit der Kamera so gut einfangen kann. Man sieht hier einen totalen Unterschied von links nach rechts. Also irgendwie ist nicht nur das oben schief eingetackert, sondern die Kissen sind ungleich angebracht und wir haben wirklich das Problem, weil auch auf ersten Blick, was man jetzt so von außen erkennen kann, sieht der Sattel vom Baum her für mich nicht unbedingt schief aus. Wir werden jetzt die Kissen vorne mal trennen, gucken mal weiter rein und schauen mal, ob uns da jetzt noch eine böse Überraschung erwartet oder wie das von innen aussieht. Kissen eins ist ab, weil das passiert zum Glück wirklich sehr sehr selten und das habe ich auch schon wirklich bei den unterschiedlichsten Herstellern ganz vereinzelt mal gesehen. Wenn da, blöd gesagt, einer geschlafen hat beim Zusammenbau oder bei der Endkontrolle, dann kann auch so ein Produkt die Werkstatt schon mal verlassen, was natürlich nicht passieren sollte, gar keine Frage. Aber ist mir wirklich schon wirklich durch die Bank, ich würde mal sagen, von jedem renommierten Hersteller, ohne da jetzt irgendwie bestimmte Namen nennen zu wollen, habe ich mit Sicherheit schon mal so den Sattel gesehen, über die Jahre jetzt hinweg. Aber es sind wirklich, das was mir jetzt, was bei mir ankam, war wirklich, ja vielleicht pro Marke mal einer. So, um das mal so zu sagen. Also es ist nicht der Normalfall, das ist nicht der Regelfall, aber wie man hier sieht, es kann halt wirklich mal passieren. So und wenn man sich das, das hier jetzt mal anschaut, natürlich ohne das jetzt gemessen zu haben, sieht das für mich hier sehr symmetrisch aus. Also das macht wirklich einen sehr, sehr gleichmäßigen Eindruck. Also da ist in meinen Augen auch erstmal nichts großartig dran. Ich werde jetzt noch mal so ein kleines Rasterblatt holen, was wir hier mal drunter legen und dann werden wir das einmal kurz nachmessen. Zumindest mit den Mitteln, wie wir es hier machen können. Also wir haben jetzt hier so einen kleinen Rasterblock, den ich mal gemacht habe, wo wir früher die Pferde mit ausgemessen haben. Das machen wir heute teilweise auch noch. Ja, daher kommt dieses schöne Blatt. Ich habe den jetzt mal so positioniert, dass ich wirklich auch hinten mittig bin, vorne mittig bin. Das sehe ich hier an dieser tollen Linie. Die, die hier ein bisschen dicker ist. Und da sieht man schon, wenn ich jetzt nur wieder an dieser unteren Linie hier entlang gehen würde, dass das komplett schief aussehen würde. Aber wir werden das jetzt mal messen und gucken, was wir da für einen Wert rauskriegen. Natürlich ist es jetzt nicht so ultra professionell, wie es dann vielleicht der Hersteller macht, der da andere Maschinen für hat. Aber trotz alledem kriegt man da schon mal so eine Richtung und sagt, okay, ist da jetzt wirklich großartig was schief oder ist da nichts schief? Ich mache das ganz einfach so. In dem Fall, ich gehe hier von der Mitte aus und messe einfach den Abstand. Kannst auch links von mir gehen. Und ich gehe von der Mitte hier aus. Also hier ist diese Mittellinie und messe den Abstand von den Ortsschenkeln. Da haben wir jetzt hier 20 Zentimeter. Auf der anderen Seite kriegen wir auch 20 Zentimeter. Jetzt bräuchte ich beim besten Fall noch ein Lineal und müssten die beide hier mal hinlegen, um da einen besseren Blick für zu kriegen, ob das halt wirklich jetzt schief ist oder nicht. Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde. Ich gehe mal suchen. Ja, wir haben natürlich jetzt hier super höchst professionelles Messwerkzeug. Aber ich würde jetzt mal behaupten, für diese Zwecke zum gucken sieht das soweit gut aus. Also für mein Verständnis sieht der Sattel auf jeden Fall symmetrisch aus. Also ich habe da jetzt nicht das Problem, dass der irgendwie hier ungleich ist, sondern auch von den Schenkeln und so von der Einstellung sieht das für meine Empfinden wirklich gut aus. Also ich hätte auch erst gesagt, der muss irgendwie schief sein. Aber das ist alles drum herum, was schief ist und nicht der Sattel an sich. Um das jetzt wirklich mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen zu können, müsste man den einschicken und vom Hersteller einmal durchmessen lassen. So, das ist Fakt. Dann hat man es wirklich auf Millimeter genau. Aber ich würde sagen, der Sattel ist einfach nur vom Zusammenbau, ist der ungleich geworden. Und ja, das ist es halt in dem Fall. Und wir werden jetzt wieder zusammenbauen, werden gucken, dass wir das noch ein bisschen richten können, dass es halt gleichmäßiger aussieht oder gerade aussieht. Also sowas ist schon möglich, das im Nachgang noch so ein bisschen zu justieren. Wie man sieht, der Sattel wurde auch schon geritten. Und da ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn das jetzt halt ungleich angenäht wurde, auch von den Kissen, dann zieht sich halt auch das Leder ungleichmäßig. Also man kann es jetzt versuchen, weil es ja in dem Fall nur ein optischer Makel ist, dass man das wieder so gleichmäßig wie möglich hinkriegt. Und ich würde sagen, das kriegen wir auch hin. Das dürfen die Mädels morgen früh machen. Und dann hat man da einen Sattel, der zumindest optisch wieder gerade aussieht. Ob wir wirklich alle optischen Mädel wegkriegen, kann ich nicht versprechen. Aber ich würde sagen, die Mädels sollen da morgen nochmal ein kleines Video von machen, wenn sie es fertig gemacht haben. Und das hängen wir euch gerade am Ende hier noch mit an, dass ihr halt mal sehen könnt, so vorher, nachher, wie es eben aussieht, was wir da noch rausholen konnten. So, da haben wir jetzt unseren bearbeiteten Sattel. Also wir haben vorne den Vorderzwiesel einmal neu eingetackert und neu befestigt. Und die Kissen haben wir auch wieder jetzt gleichmäßig angebracht. Und ich finde, jetzt sieht der Sattel auf jeden Fall schön gleichmäßig aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal wieder so ein bisschen eine andere Thematik, was wir noch nicht hatten auf dem Kanal. Wenn euch noch irgendwas interessiert oder wenn ihr was wissen wollt, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare rein. Wir gucken uns die Kommentare auch immer alle an. Ist auch für unsere Ideenschmiede ganz gut, denn wir haben ja wirklich schon viele Themen abgedreht. Manchmal ist man ja wie so in seinem Tunnel drin und da fällt einem nicht unbedingt was Neues ein. Deswegen kommen auch bei uns momentan ein paar Videos weniger, weil es bringt nichts, in meinen Augen schon wieder ein Putzvideo zu machen, auch wenn da ein paar nachgefragt haben. Aber da haben wir schon zwei oder drei, wenn jetzt sogar vier Videos auf dem Channel. Also einfach mal durchgucken, findet dann mit Sicherheit was. Und ja, also wenn euch was interessiert, hier unten ist euer Platz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffe ich mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.